Die junge schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat den US-Kongress in Washington zu entschlossenen Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen. Ich will nicht, dass Sie mir zuhören, ich will, dass Sie den Wissenschaftlern zuhören. Ich möchte, dass Sie sich hinter die Wissenschaft stellen und dass Sie dann echte Maßnahmen ergreifen. Im Kongress wird die 16-Jährige von mehreren jungen Aktivisten begleitet. Später trifft sie Mitstreiter vor dem obersten Gerichtshof. Thunberg kam vergangene Woche in Washington an. Unter anderem traf sie Ex-Präsident Barack Obama. Am Freitag will sie sich in New York an einer großen Protestkundgebung beteiligen, im Rahmen eines weltweiten sogenannten Klimastreiks. Später wird sie an einem Klimagipfel der Vereinten Nationen teilnehmen. Thunberg begann im Sommer 2018 mit ihrem Schulstreik für den Klimaschutz. Seitdem verbreiteten sich die Freitagsdemonstrationen unter dem Namen Fridays for Future in aller Welt.